Musik Du weißt ja, dass wir erstmal die beiden inneren Teile aufstellen, die Interaktion, weil alles andere, deine ganze Lebenssituation eben mit dieser Interaktion zu tun hat. Gibt es denn irgendeinen Wunsch, was du dir für dein Leben wünschst, was besser werden soll? Die Kommunikation. Okay, was ist mit der Kommunikation? Ja, ich verbiete mir manchmal zu sprechen, weil ich so den Eindruck habe, ich rede zu viel. Du verbietest dir zu sprechen, das ist schon ein sehr gutes Beispiel, weil wir ja wissen, das innere Eltern-Ich, das ist verbietet und das innere Kind möchte gern was sagen. Genau. Okay. Beziehungsweise, ich verbiete es mir nicht, ich mache es einfach und dann kriege ich von außen halt, ich rede zu viel. Ja, es könnte sein, dass da noch etwas anderes mitschwingt, dass du ein Geheimnis nicht verraten darfst, aber wir werden sehen, dass du nicht zu viel sagen darfst. Ja. Ist das bei dir? Ja. Wenn die Menschen das tun würden, was ich ihnen sage, dann wäre es viel leichter. Aber das tun sie nicht. Das nicht. Dieser Teil nicht. Das ist, ich bin... Besserwisserisch, vollkommen nicht. Ich weiß exakt genau alles. Das ist schon angekommen. Ich kenne auch alles. Wie geht es dir? Ja, so irgendwie habe ich mich ein bisschen eingeengter. Und besser ist es, wenn ich da jetzt in die Richtung schaffe. War jemand sehr streng von deinen Eltern? Ja. Ja, mein Vater. Und mein Mutter auch. Mutter auch. Mutter auch. Du hast hier nichts zu suchen. Ist das ein Vorwurf an den Vater? Ich habe eigentlich gedacht, nicht mehr. Du hast eigentlich gedacht, nicht mehr. Mhm. Und dann eigentlich? Du, das ist ein Teil von dir, ne? Der ist offensichtlich in einer Konkurrenz. Ja, da war ich einmal sehr, sehr wütend, weil er zu mir gesagt hat, es gibt keine Liebe. Mhm. Und das hat mich sehr getroffen, dieser Satz. Okay. Das ist nur blauäugig, das ist nur illusorisch. Mhm. Das ist träumerisch. Okay. Das hat dich getroffen. Hat mich sehr getroffen. Können wir selber rein? Mhm. Mhm. Und so, sag ich ihr mal, es gibt keine Liebe. Es gibt keine Liebe. Jetzt lässt es aus. Macht hier alles dicht. Mhm. Und was spürst du unter dem? Das ist genau das Thema. Ich möchte etwas sagen, aber ich mache hier dicht, damit ich nicht angreife, damit ich meine Aggressionen zurückhalte. Ja, ich bin total wütend. Ja. Ich möchte am liebsten toben, schreien und sagen, nein, das stimmt nicht. Mhm. Natürlich gibt es die Liebe. Du hast doch keine Ahnung. Die Liebe ist wohl eher etwas, was man ins Leben bringt, nicht über das man streiten könnte. Also, er hat große Macht über dich. Du gibst ihm die Macht. Und damit macht dir die Liebe weg. Er beweist es. Es liegt noch. Zerlegen. Ich bin fassungslos. Wie sagst du zu ihm, Papa? Lieber Papa? Du kannst auch ein Kampf bleiben, ne? Aber der Kampf macht, dass du hier zuschütterst, ne? Du wirst trotzdem brav sein und diese Aggressionen nicht rausbringen. Das ist ein Punkt der Entscheidung, ein wichtiger Punkt. Willst du kämpfen? Nee. Oder willst du dein Leben leben, ne? Wo du eben nicht die Macht gibst über das? Lieber Papa? Ich hab die Liebe in mir. Lieber Papa? Ich hab die Liebe in mir. Und das verdanke ich auch dir. Und das verdanke ich auch dir. Damit ich überhaupt auf der Welt bin und die Chance hab, die Liebe zu spüren. Damit ich überhaupt auf dieser Welt bin und die Chance hab, diese Liebe zu spüren. Und das verdanke ich dir auch dir und deiner Liebe. Und das verdanke ich auch dir und deiner Liebe. Und das verdanke ich auch dir und deiner Liebe zu spüren. Und du dich damit abhängig machst, ne? Nicht in die Unabhängigkeit gehst, die der Vollzug dieser Sätze sein würde. Sondern da ist Rivalität. Du willst es ihm zeigen, ne? Willst du? Was willst du denn? Was willst du denn? Frieden. 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 Wie geht es dir? Gut. War zu erwarten? Ich habe Zeit. Ich habe Zeit. Ich habe Zeit. Ich habe diese innere Zerrissenheit. Das kleine Schreit heilt mich. Aber das andere ist sehr. Die Aggression wird mehr. Siehst du ihn? Alles, was in deinem Leben war oder in deiner Familiengeschichte. Alles, was in deinem Leben oder in deiner Familiengeschichte war. Geht mich nichts an. Geht mich nichts an. Ich wahre das Geheimnis. Ich wahre das Geheimnis. Ich wahre das Geheimnis. Es ist nicht meine Angelegenheit. Es ist nicht meine Angelegenheit. Das macht mich wütend. Angelegenheit. Geheimnis. 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 Du verstrickst dich innerlich in etwas, es war natürlich unbewusst, du hast es nicht mitbekommen, aber ich sehe, dass es schwer ist, da wieder rauszugehen. Also ich habe das Gefühl, da hinten eine riesen Unwahrheit irgendwo drüber und es wird Zeit zu dir zu stehen. Ich weiß auch nicht, ja, irgendwie wahrhaft zu dir zu stehen. Ja. Also mit der Aussage, du wirst Frieden, da ist es einfach gegangen, das ist nicht der wahrste Kern. Ja. Genau. Also die Wahrheit für dich ist, dass das nicht deine Angelegenheit ist. Da gab es so die Wahrheit, das ist ein Geheimnis, aber es ist nicht deine Angelegenheit. Aber innerlich auf selben Ebene überlegst du, bin ich die Trägerin der Wahrheit, halte ich die Fackel hoch und muss ich es aussprechen, muss ich es ergründen und muss ich es aussprechen, um eine Lösung zu bringen. Aber deine Lösung ist, es ist nicht dein Ding, ja, es ist nicht deine Angelegenheit. Nein. Nein. Viel Spaß. Es geht darum, all dem einen Platz zu geben, der Ehrlichkeit und auch der Unehrlichkeit, die irgendeinen Grund hat, dem Grund mit dem System da zu sein. Die Frage ist also, bist du der Anwalt der Wahrheit oder bist du einfach in deinem Leben? Bist du einfach du selbst? Ja. Ja. Das geht mich, das war, das geht mich nichts an. Ja. Das war. Das hat einen Platz und darf sein und gleichzeitig geht es mich nichts an, ist es gleich nötig. Ja. 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 Darf ich sagen, ich lebe mein Leben? Ich frage. Sorry, das darfst du immer sagen. Ja, das darfst du immer sagen, ja. Ja, das darfst du immer sagen, ja. Ich habe gesagt, sogar das Geheimnis, ja. Ja. Ich lebe mein Leben. Und was war, das war? Ja. Ja. Ich glaube es dir noch nicht ganz. Ja, wir werden das sehen, ob du dein Leben lebst in einer Bewegung. Okay, mit den Bewegungen. Ich bin nicht so vor, sondern ganz mit den Bewegungen. dass sie authentisch sind und stimmen. Wie geht es dir da mit den beiden Teilen? Ich habe das Bedürfnis, die Hand auszustrecken. Warum tust du es nicht? Bist du dazu wirklich bereit? Es heißt, in dem Fall für dich Ideale aufzugeben. Zugunsten des Fließens, des Annehmens, was ist, das was kommt. Auch kein Anwalt mehr zu sein für irgendwen. Das hat ja eine großartige Rolle eingebracht. Und die gilt es wieder loszulassen. Zu sagen, ich bin nur ich selbst. Und so ganz genau weiß ich nicht, was richtig und falsch ist. Das ist Wahrheit und Lüge. Wie geht es euch denn mit ihr? Wie geht es euch denn mit ihr? Ich bin vorsichtig und ich bin sehr erschöpft und müde des Widerstands. Da bin ich erschöpft und müde und jetzt möchte ich so mit ihr sein. Es ist, als wäre der Zug ins Pferd ein, aber sie ist noch nicht ausgestiegen. So fühlt sich das an. Ja. Also ich bin noch auf Aufstand. Ich bin ziemlich. Es fühlt sich nach wie vor nicht wirklich ehrlich an. Ich habe eher das Gefühl, es ist ganz viel Angst da. Und oft ist ja dieses Bedürfnis nach Harmonie eher der Versuch der Konfrontation aus dem Weg zu gehen. Also es gibt sehr viel Schlimmes in der Welt und viel Unwahrheit und Ungerechtigkeit. Und die Aufgabe wäre jetzt, damit die beiden näher kommen können und du ihnen näher kommen kannst, alle Urteile darüber aufzugeben. Alle. Und erst einmal anzunehmen, was ist. Das ist die Welt, in der wir leben, die wir schaffen in jeder Minute. Sie ist ein Spiegel unseres kollektiven Inneren. Und erst einmal der erste Schritt ist, sie anzunehmen, wie sie ist. Ohne Urteil. Als nächstes kommt vielleicht eine Idee, ja. Aber zuerst nehme ich sie bedingungslos an. Ja. Damit nimmst auch du dich bedingungslos an, weil beide Seiten auch in dir sind. Da ist auch Ungerechtigkeit. Da ist auch nicht immer Wahrheit, ja. Weil die gar nicht immer zugänglich ist immer. Ein inneres Kind will nur spielen, spielerisch sein. Unter all der Last, was ist jetzt gerecht in der Welt und was nicht und was ist wahr und unwahr, kommt das gar nicht dazu. Du hast dich immer in die Bresche geworfen für die Unterdrückten der Welt. und hast dich selbst unterdrückt dabei. Du hast dich innerlich mal fallen. Genau. Soweit es geht. Aus jeder Idee heraus. Wahrheit. 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 Die Ange ist sicherlich cool. Aber nicht nur auf der eigenen Treffer kann man besuchen. Das ist wichtig! Da час ich später aufhören, wenn ich mich will, ihm nicht ehrlich aufstehen. Aufhören! Ich bin unter der Fläche. kommen bei euch. Die Angst ist weg, nicht anerkannt zu werden, wenn man nichts tut. Ja, genau. Lass es einfach so sein, wie du bist. Lass es nicht die Anwältin sein, die unterdrücken. Fangen wir dir selber an, ne? Ja, auch nicht zu unterdrücken. Okay, danke euch.